Das Geheimnis der Profis FITLINE Resultate erleben Wer im Spitzen- oder Breitensport Höchstleistungen erzielen will, für den ist die optimale Ernährung ein enorm wichtiger Baustein. Und dennoch wird diese Tatsache von vielen Sportlern noch immer unterschätzt. Achim Heukemes nutzt die Vorteile der FITLINE Sporternährungsmodule seit vielen Jahren. In dieser Zeit hat der Extremsportler fast unmenschliche Leistungen erzielt. Es ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und in den acht Jahren hat sich auch bewiesen, ich meine, ich bin jetzt ziemlich, zehn Jahre gehöre ich zur Weltspitze, und in den acht Jahren habe ich also zig deutsche Rekorde aufgestellt, ich habe zwei Kontinente in Rekordzeiten durchquert, ich habe die zweitbeste Zeit über 1000 Meilen gelaufen, die je ein Mensch gelaufen ist, und habe auch noch diverse Weltbestleistungen aufgestellt. Und daran sieht man, dass ich also immer optimal versorgt war, um dieses Level überhaupt zu halten, über acht Jahre. Skispringen, Biathlon und Skialpin – drei unterschiedliche Wintersportarten. Doch die Anforderungen sind ähnlich. Ausdauer, Kraft, Konzentration und schnelle Regeneration sind die wichtigsten Komponenten. Mit PM International und den Produkten der FITLINE-Serie hat der Deutsche Skiverband einen verlässlichen und kompetenten Partner gefunden. Für die DSV ist es natürlich in allererster Linie wichtig, dass wir Produkte kommen, die sauber sind. Die Thematik des Dopings ist etwas, was natürlich viele Sporter und auch viele Verbände angreifen kann, wenn sie hier nicht entsprechend sauber aufgestellt sind. Man hat natürlich gesehen, dass FITLINE eine Palette an Nahrungswissenschaftlern hat und dass ein sogenanntes Kompetenzteam jederzeit parat ist, entsprechende individuelle Abstimmungen für den Sportler zu tun. Durch das, dass die Leute ja immer gefordert werden, absolute Höchstleistungen zu bringen und man weiß, dass diese ständigen Anforderungen am Limit natürlich entsprechend das Immunsystem angreifen können, ist es natürlich wichtig, dass man hier auch präventiv arbeitet und das passiert halt mit Produkten aus dieser Range oder aus dieser Palette von FITLINE. Im rasanten Rennsport braucht man als Fahrer nicht nur Mut und Draufgängertum. Man muss vor allem topfit sein, körperlich und geistig. Viele Piloten haben das erkannt und nutzen seit Jahren die Produkte von PM International. Die Autos sind geil zu fahren, die sind schnell und haben auch ganz schön viel Grip von aerodynamisch. Mein Immunsystem, denke ich, ist stärker geworden wegen den Fitnessprodukten und es hilft ja auch für mein ganzes Training, das ich mache, weil wir machen sehr viel Ausdauertraining und Muskeltraining und von daher, die Produkte, die helfen mir gut. Das Activizer natürlich, da spüre ich richtig, wie mein Blut in Wallung kommt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin nicht so ein Kaffeetrinker und da habe ich das Gefühl, das bewirkt so einen Extra-Kick eigentlich. Und dann das Kombipräparat habe ich natürlich sehr gern. Das finde ich auch super, weil da alles in einem drin ist. Man hat einen Beutel, den nehme ich gerne mal in die Handtasche und man hat schnell angerührt. Ich nehme meinen Cocktail, trinke den und fühle mich den ganzen Tag fit, kann Sport machen, ohne dass ich das Gefühl habe, einzubrechen. Vor allen Dingen, was die Regenerierung über Nacht anging, wenn wir im Trainingslager waren, dann hat man am nächsten Tag schon oft die Knochen ziemlich stark gespürt. Und gerade mit dem Restaurant, das hat mir doch geholfen, am nächsten Tag wieder auf dem Weinen zu sein. Dr. Michael Sauer hat trotz seiner Behinderung sportlich mehr erreicht, als er sich je erträumt hat. 2007 wurde er Weltmeister im Rudern. Sein Lebensmotto erfüllte sich. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Der Orthopäde weiß ganz genau, welche hohe Bedeutung Nahrungsergänzung im Leistungssport hat. Meine Frau ist Heilpraktikerin und hat die Fitline-Produkte schon seit langem eingesetzt. Ich habe sie dann auch genommen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und als wir dann in die Wettkampfphase gegangen sind, haben wir das auch für die Mannschaft komplett eingesetzt. Und wir haben vor allen Dingen gemerkt, die Regenerationszeiten waren deutlich besser. Der deutsche Nordic Walking Verband ist seit Jahren Partner von PM International. Andreas Wilhelm und viele weitere Ausbilder und Instruktoren sind von der Qualität der Produkte überzeugt. Gerade bei Breitensportlern ist die Nährstoffversorgung oft das Problem. Zurzeit gibt es für uns auf dem Weltmarkt nichts Besseres als die Fitline-Produkte. Anhaltende Leistungsfähigkeit über Jahre und bis ins hohe Alter, das treibt viele Menschen an. Die Fitline-Produkte helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ob Hobby- oder Leistungssportler, die Anforderungen an den Körper sind gleich. Gesunde Ernährung plus Nahrungsergänzung sind die Voraussetzung, um die Leistung zu optimieren. Nach den Europameisterschaften und gerade bei der Vorbereitung für Weltmeisterschaften, die Periode habe ich ausgenutzt, die Produkte zu verwenden, besonders intensiv. Und die Regeneration war deutlich besser. Ich konnte intensiver trainieren auf längere Zeit. Ja, es ist optimal, auf jeden Fall. Weil ich sage, wenn die Entschlackung nicht da ist, kann die hundertprozentige Aufnahme von der Regeneration und dem Activize nicht stattfinden. Und das ist einfach super, wie das Ganze funktioniert. Philipp Kohlschreiber gehört zu den besten Tennisspielern der Welt. Es war ein harter Weg, bis er 2007 sein erstes ATP-Turnier gewann. Um sich an der Spitze zu halten, nutzt der Tennisprofi die Produkte von PM International. Sein Immunsystem hat sich dadurch verbessert, die Leistung und Konzentration wurden gesteigert. Und ganz nebenbei hat er noch eine weitere wichtige Komponente festgestellt. Geschmacklich steht da sicherlich ganz weit oben. Ja, im Endeffekt schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Wichtigste ist ja auch die Wasserzufuhr im Sport. Man schwitzt sehr viel, man verliert sehr viel Flüssigkeit. Die Einnahme mit Wasser, das ist viel einfacher. Und das ist einfach sehr gut für unseren Sport. Schnelligkeit, Kraft und extreme Härte. Beim Eishockey wird der komplette Körper extrem beansprucht. Beim Deutschen Eishockey-Bund schätzt man nicht nur die Qualität, sondern auch die Dopingsicherheit der Fitline-Produkte. Was die ganze Betreuung so einfach macht, ist, dass die Produktpalette so komplett ist, dass wir keine weiteren Zusatzstoffe oder andere Mittel benötigen. Die Anforderungen an einen Fußball-Profi sind vielfältig. Ausdauer, Schnelligkeit, körperlicher Einsatz, sowohl beim täglichen Training als auch bei den Spielen. Wer sich dieser Herausforderung stellt, muss gesund und topfit sein. Genau deshalb werden auch immer häufiger Fitline-Produkte im Profifußball eingesetzt. Es ist kein Doping, das ist das Wichtigste mit, und dass man halt einfach gut damit umgehen kann, dass man sehr viel davon auch nehmen kann. Dreimal täglich nehme ich das. Manchmal nehme ich auch mehr Wasser, als angegeben ist. Und ich fühle mich auch einfach wohl, jeden Morgen dann aufzustehen. Früher war es nicht so. Da war noch meine Müdigkeit noch da. Aber jetzt fühle ich mich fit in den Tag, um morgens dann halt zu trainieren. Es gibt nichts, was Christian Schwarzer im Handball nicht gewonnen hätte. Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. Der beste Kreisläufer aller Zeiten spielte über 20 Jahre auf allerhöchstem internationalem Niveau. Ohne eine hochwertige Nahrungsergänzung wäre das nie möglich gewesen. Morgens gibt es eigentlich immer bei mir das Basic Bio Plus mit Activize zusammen, als Wachmacher. Während des Trainings benutze ich dann den Fitness-Drink als vorwährend und auch nach den Einheiten, beziehungsweise spielen. Und dann zur Erholung, abends vorm Schlafen gehen, nehme ich regelmäßig Restorate und Zellschutz zusammen. Und bin mit diesen Produkten eigentlich sehr, sehr zufrieden und fühle mich körperlich sehr, sehr gut. PM International, ein globales Unternehmen, das mit seinen Sportpartnern für Weltklasseleistungen sorgt und breiten Sportlern zu persönlichen Höchstleistungen verhilft. Mit den Fitline-Produkten ist alles möglich. Über 50 Millionen verkaufte Produkte und weit über 100.000 Kunden nutzen die Fitline-Produkte täglich. Profitieren auch Sie davon. Fitline-Resultate erleben.